Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, was wir dieses Mal machen, ist wir arbeiten da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, weiter. Und ihr werdet sehen, dass dieser Ausdruck noch weiter nach oben wachsen kann, denn wir können hier noch so einen schönen, sogenannten phregischen Schlussstrich ziehen. Und ja, was jetzt, also was hier steht aktuell, ist die Voraussetzung, das ist tatsächlich nur eine Voraussetzung für das, was hier unten steht. Und das, was jetzt hier oben steht, ist dann die Voraussetzung für das, was hier stehen wird. Oder, was hier schon steht, was hier oben stehen wird, ist die Voraussetzung für das, was hier unten steht. So, die Abstraktionsregel kennt ihr ja jetzt schon. Das ist, wie gesagt, immer dasselbe Schema. Die Lambda-gebundene Variable auf die linke Seite und auf der rechten Seite dann halt alles, was rechts davon steht. Gut, so, jetzt machen wir die Regel, die sogenannte Applikation. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz auf den Bildschirm passen bei euch. Dann packen wir es da hin. So sollte es noch gerade so reichen. Ja, die Applikation teilt auf diesen Baum. Und der wird dann nach oben hin immer breiter. Das ist das Problem an der Sache. Deswegen plant euch immer genug Platz ein, wenn ihr das wirklich auf dem Blatt macht. Was das macht, ist folgendes. Wir nehmen, also wir nehmen unseren Typ-Kontext hier wieder, also schreiben wir hier mal rein. Wir nennen das jetzt Lambda-Strich, äh, nicht Lambda. Wir nennen das jetzt einfach Typ-Kontext-Strich, sag ich mal. Ja, und hier führen wir ein, x ist vom Typ int nach bool. So, dann müssen wir das nicht jedes Mal hinschreiben. Ähm, ja genau. Also wir haben ja hier in diesem Schritt, da ja, also der hier spaltet sich ja nicht auf, deswegen können wir das ganz getrost hier einfügen. Ähm, wir speichern in unseren Typ-Kontext, also wie in eine Lookup-Tabelle einfach rein, dass x den Typ integer nach bool hat. Also es ist eine Funktion, die einen Integer nimmt und einen Boolean ausspuckt. So, und, ähm, ja, jetzt machen wir halt hier oben einfach weiter und wenden die Applikation an mit unserem veränderten Typ-Kontext. Das heißt, hier oben gilt jetzt schon, dass x vom Typ integer nach Boolean ist. So, unter diesem Typ-Kontext, ähm, wenn ich mich nicht täusche, war es das hier genau. Also ich nenne den jetzt extra, ähm, Zeichenstrich, ich habe keine Ahnung, wie das Zeichen heißt. Ähm, es ist nicht das Gamma das Große, sondern ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, man kann auch das Große Gamma nehmen, also das ist nicht so schlimm. So, und, ähm, ja, jetzt, ups, muss ich suchen nach den Codes wieder für diesen komischen Implikations-, Nicht-Implikations-Pfeil, aber fast. Ähm, der hier. So, äh, kein Doppelpunkt. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wir haben hier x und 0 stehen. Okay, also wir haben hier eine Funktionsapplikation. Wir wenden auf die Funktion x, also auf das, äh, also x ist ja wie f von x quasi gedacht. Also da kann irgendwas drin stehen in diesem x, das wissen wir jetzt aktuell nicht. x ist dann von mir aus eine Funktion, die ihr programmiert habt. Und da schmeißen wir die 0 rein. Und wir wissen, es kommt ein Boolean raus. Okay. So. Also sagen wir hier in unserem, ähm, in unserer Applikation, ähm, der linke Teil, also da, wo wir das, die Variable reinschmeißen, also x in unserem Fall, muss von irgendeinem Typ sein, ich nenne das jetzt einfach mal, was habe ich denn hier Schönes stehen. Ähm, wieso eigentlich immer griechische Buchstaben? Ähm, da können wir doch auch mal was anderes nehmen. Ist vom, ja, wobei, es ist, es ist ein Typ, da sollte man schon was Besonderes nehmen, dass man es unterscheiden kann. Variablen sind halt normal, normales Alphabet und, ähm, Typen sind meistens im Griechischen. Deswegen sage ich jetzt hier mal Alpha. Was ist mit dem Alpha los? Also Excel benutzt andere, ähm, andere Zahlen scheinbar zum Codieren. Okay. Gut, ähm, also x ist vom Typ Alpha. Das ist einfach irgendein neuer Typ, den wir nicht kennen, den wir gerade eingeführt haben. Und bildet aber ab, auf, ähm, den Typ, den wir hier schon gegeben haben, nämlich Boolean. Logischerweise, muss ja sein. Oh, das sollte nicht so groß sein, glaube ich. Aber, pfff, so könnt ihr es besser lesen. Macht ja nichts. Okay, ähm, also wir nehmen hier uns diese Variable, also ihr denkt jetzt vielleicht, das ist doppelt gemoppelt, weil wir ja schon wissen, was x an für sich ist, aber es könnte ja auch hier noch ein, ähm, ein y stehen, irgendeine andere Funktion, die halt ein x nimmt, aber selbst noch irgendwas damit macht. Deswegen, ähm, hier haben wir einen recht einfachen Fall, das soll ja auch zum Lernen sein. Okay, also wir nehmen quasi die Funktion, die wir hier haben, auf dieser Seite und nicht die Variable, die wir reinstopfen und sagen in unserem Typ Kontext, für unseren Typ Kontext gilt, dass, ähm, die Funktion, ähm, in die, in die wir die Variable reinpacken, vom Typ Alpha, also irgendein neuer Typ, den wir uns gerade gesucht haben, auf den Typ, den wir hier gegeben haben mit dem Boolean, ähm, abbildet. So, und dann brauchen wir noch das zweite hier drüben, nämlich wieder unseren, ähm, Typ Kontext, Strich wiederum, weil wir ja hier unten schon den Kontext erweitert haben, also bei der Abstraktion erweitert man den Kontext immer, ähm, und sagen dann hier, okay, unter diesem Kontext gilt, jetzt muss ich wieder dieses Zeichen suchen, ich kann mir die Zahl nicht merken, 195, okay, ähm, so, und jetzt sagen wir hier, Null ist vom Typ, den wir hier drüben benutzt haben, also vom Typ Alpha, also sagen wir hier auch wieder vom Typ Alpha, achso, ja, das ging ja nicht, das ist nicht vernünftig, komisch, dass es Beta kennt, ähm, so, jetzt können wir doch aber sagen, an für sich, Null ist ja ein Integer, das heißt, wir wissen implizit schon in unserem Kopf, dass Alpha Integer sein muss, denn Null ist ja einer, also wir sagen hier einfach, die Variable, die wir reinstopfen, das kann auch ein Lambda-Term sein, und Alpha kann tatsächlich auch eine Funktion sein, also es kann richtig kompliziert werden, ähm, diese, ähm, diese Variable, die wir hier reinstecken, die hat den Typ, den wir hier von x erwarten würden, als Eingabeparameter, also den, den wir neu eingeführt haben, so, und, ähm, ja, das ist die Funktionsapplikation, hier muss man den Typkontext tatsächlich nicht erweitern, das muss man nur bei der Abstraktion machen, gut, aber dafür spaltet sich der Baum, wie wir hier sehen können, und er wird immer breiter, das heißt, der Teil kriegt jetzt einen eigenen Teilbaum, eigenen frägerischen Schlussstrich, und, äh, der Teil hier, den schiebe ich mal ein bisschen noch darüber, kriegt auch seinen eigenen frägerischen Schlussstrich, das heißt, die Implikationen, äh, die jetzt, also die Voraussetzungen, die jetzt hier stehen, ähm, bedeuten, dass das rauskommt, und die Voraussetzungen, die hier stehen, sind Voraussetzungen hierfür, die haben aber miteinander an für sich nichts mehr zu tun, nur, dass die Variablen, die wir hier eingefügt haben, dieselben sind, also Alpha ist dasselbe Alpha wie hier drüben, okay, ja, ich würde sagen, dann war es das für dieses Video, und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao!